Der Rohmann hat eine bundesweite Demonstration am Samstag, den 6.2. ab 14 Uhr vom Brandenburger Tor angemeldet. Und das Thema dieser Demonstration ist Solidarität mit unseren Bauern. Deswegen werden wir uns dort mit den Bauern vereinen, denn zusammen sind wir noch viel, viel stärker und noch viel überzeugender. Und deswegen bitte ich euch, dass ihr das schon mal verbreitet und verteilt. Neben unserem Autokurs um Osten, der natürlich auch beginnt am 8.10 Uhr im Kupanhof-Öhnhof-Breitagabend, sind wir Samstagabend, nicht Samstagabend, Samstagnachtestag bereits wieder in der deutschen Hauptstadt am Brandenburger Tor, 14 Uhr. Und wir rufen alle Menschen aus allen Städten dieses Landes auf, uns bei dieser bundesweiten Demonstration zu begleiten. Denn ohne die Bauern ist unsere Wirtschaft, ich sag's jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, am Arsch. Und da hängen nicht nur die Hühnereier dran, da hängt auch die ganze Fleischindustrie dran und vieles, vieles andere mehr. Und dies alles ist auch der Politik zu verdanken, dass die Bauern jetzt seit Tagen in Berlin sind. Und aus diesem Grunde hatte der Roman die geniale Idee, dass wir Solidarität bekunden mit den Bauern, mit den Landwirten. Und deswegen Samstagnachmittag, 14 Uhr, wir treffen uns vor einem nicht unbekannten Gebäude, dem Brandenburger Tor. So, ich wünsche euch jetzt erstmal allen einen tollen Abend, ich danke euch, dass ihr immer mehr werdet. So langsam wird dieser Parkplatz peinlich für den Autokorso West, weil wir überhaupt nicht mehr hier ranpassen, wir sind viel mehr geworden. Und es wird, glaube ich, Zeit, dass wir wieder auf den ersten Parkplatz kommen. Bis zum nächsten Mal.